Das Token-Konzept haben wir bereits für alternative Abläufe kennengelernt. Sehen wir uns nun den etwas komplexeren Fall der Nebenläufigkeit an. Das heißt, wie parallele Abläufe spezifiziert werden. Für die Modellierung von nebenläufigen oder parallelen Abläufen nutzt man im Aktivitätsdiagramm den Parallelisierungsknoten. Der Parallelisierungsknoten wird durch einen schwarzen Balken dargestellt und dient zur Aufspaltung in parallele Abläufe. Das heißt, der Entscheidungsknoten hat ebenfalls mehrere Abläufe aufgespalten, jedoch waren diese alternativ. Hier beim Parallelisierungsknoten werden alle weiteren Abläufe parallel verfolgt. Wie funktioniert das Ganze? Wenn am Parallelisierungsknoten ein Token ankommt, wird dieser Token vervielfacht. Nämlich entsprechend der Anzahl an ausgehenden Kanten. Das heißt, jede ausgehende Kante wird mit einem Token belegt. Damit werden alle ausgehenden Pfade aktiviert. Das ist der Normalfall. Man sollte aber auch bedenken, dass die Kanten Überwachungsbedingungen tragen können. Nur wenn die Überwachungsbedingung erfüllt ist, wird der Token weitergegeben. Sollte die Überwachungsbedingung nicht erfüllt sein, so verbleibt der Token im Parallelisierungsknoten. Wir sehen uns jetzt noch einmal ein Beispiel an. Wir starten hier mit dem Initialisierungsknoten. Als erstes wird die Anmeldung zur Lehrveranstaltung durchgeführt. Wenn dies erfolgt ist, wird der Token weitergegeben an den Parallelisierungsknoten. Hier haben wir zwei ausgehende Kanten. Das heißt, der Token wird dupliziert und an beide ausgehenden Kanten wird ein Token gegeben. Damit werden beide alternativen Pfade einmal mit durchführen der Übungsbeispiele und einmal mit dem Besuch der Lehrveranstaltung gestartet. Für nebenläufige oder parallele Abläufe im Aktivitätsdiagramm ist der Synchronisierungsknoten quasi das Pendant zum Parallelisierungsknoten. Der Synchronisierungsknoten wird wieder durch einen schwarzen Balken dargestellt und er führt nebenläufige Abläufe zusammen. Das Synchronisierungsknoten hat mehrere eingehende Kanten und nur eine ausgehende Kante. Bei der Tokenverarbeitung gilt folgendes, wenn an allen eingehenden Kanten ein Token anliegt, so werden diese Token entnommen und nur auf der ausgehenden Kante wird ein Token angelegt. Im Falle von Datentoken werden jedoch alle weitergereicht. Bei Kontroll- und Datentoken werden nur die Datentoken weitergereicht. Wir hatten es davor bei Entscheidungsknoten und Vereinigungsknoten, dass wir ein kombiniertes Element verwenden können. Gleiches gilt hier auch für Parallelisierungs- und Synchronisierungsknoten. Das heißt, es kann kombinierte Elemente geben, also ein schwarzer Balken, der mehrere eingehende Kanten, die parallelen Abläufe hat, und auch mehrere ausgehende Kanten, die dafür parallele Abläufe hat. Semantik, sobald an allen Kanten im Eingang ein Token anliegt, werden diese entnommen und für jede ausgehende Kante wird ein Token angelegt. Wir sehen unten noch ein Beispiel für einen nebenläufigen Ablauf mit Synchronisierungsknoten. Das ist die Fortsetzung von dem Beispiel auf der vorgehenden Folie. Da waren wir schon in den parallelen Abläufen, wo wir die Übungen gemacht haben und die Vorlesung besucht haben. Wenn nun beide Aktivitäten hier abgeschlossen sind, gehen beide mit den Kanten in den Synchronisierungsknoten. Sobald hier an beiden Kanten ein Token anliegt, gibt der Synchronisierungsknoten einen Knoten weiter am Schreiben der Prüfung. Wenn auch Schreiben der Prüfung durchgeführt ist, ist die Aktivität beendet. Wir setzen unser Beispiel aus den vorhergehenden Folien weiter fort. Wir sehen die bisherige Lösung oben dargestellt. Unten verzichten wir auf die explizite Modellierung eines Parallelisierungsknoten beziehungsweise eines Synchronisierungsknoten. Das heißt, im unteren Falle gehen wir direkt mit zwei Kanten aus der Anmeldung zur Lehrveranstaltung hinaus. Eine führt eben in das Durchführen der Übungen und eine in das Besuchen der Lehrveranstaltung. Auch gehe ich in Prüfungsschreiben direkt ohne Parallelisierungsknoten von den beiden parallelen Pfaden hinein. Diese beiden Lösungen, die ich jetzt sehe, sind zueinander äquivalent. Warum? Im Falle von Anmelden zur Lehrveranstaltung gilt die Regel, für alle ausgehenden Kanten wird ein Token bereitgestellt und dementsprechend wird ein Token für beide parallele Pfade bereitgestellt und ich muss nicht unbedingt den Parallelisierungsbalken verwenden. Bei Write-Exam oder Schreiben der Prüfung gilt, dass diese Aktion erst starten darf, wenn ein Token an allen eingehenden Kanten anliegt. Das ist dieselbe Semantik, die ich davor durch den Synchronisierungsknoten erreiche. Das heißt, die Modellierung von Parallelisierungsknoten und Synchronisierungsknoten ist in UML letztendlich nur Synthetic Sugar. Aber es visualisiert parallele Abläufe besser. Es ist unmittelbar jedem klar, dass ich bei der Angabe dieser beiden Knoten parallele Abläufe modelliere. Wichtig auch noch zu erkennen, alternative Abläufe mit Entscheidungsknoten und Vereinigungsknoten sind in UML kein Synthetic Sugar. Diese müssen unbedingt modelliert werden. Das nächste Beispiel verwendet sowohl Parallelisierungsknoten als auch Entscheidungsknoten. Es handelt sich um den Geschäftsprozess zum Erstellen und Versenden von Einladungen zu einem Treffen. Dabei ist es so, dass die Einladungen einzeln gedruckt und adressiert werden und damit entstehen mehrere Token im System, nämlich einer quasi für jede Einladung. Jedoch werden die Einladungen en bloc, das heißt mit einem einzelnen Token, letztendlich versendet. Sehen wir uns das Ganze genauer an. Wir starten beim Initialknoten, der zeugt den ersten Token und der Token wird weitergereicht an den Vereinigungsknoten und diesen geht er unmittelbar zum Drucken der ersten Einladung. Nachdem die Einladung gedruckt ist, geht es zum Parallelisierungsknoten und hier wird der Token dupliziert, das heißt wir haben jetzt schon zwei Token. Der eine Token geht zum Adressieren dieser Einladung, der andere Token geht hier hinunter zum Entscheidungsknoten. Und hier stelle ich mir die Frage, sind jetzt schon alle Einladungen gedruckt? Wenn dies nicht der Fall ist, geht dieser zweite Token hier in den Vereinigungsknoten, geht unmittelbar zum Drucken der zweiten Einladung. Dann geht der zweite Token in den Parallelisierungsknoten, wo er wieder dupliziert wird. Das heißt, dann wird die zweite Einladung adressiert und der dritte Token geht in diese Entscheidung. Sind jetzt alle gedruckt oder nicht? Und so wird diese Schleife öfters durchlaufen, solange bis eben alle Einladungen gedruckt sind. Letzte Token verschwindet hier im Ablaufendknoten. Hier geht für jede einzelne Einladung, die gedruckt wird, ein eigener Token weiter zum Adressieren. Man adressiert die entsprechende Einladung. Nachdem sie adressiert wurde, stellt man sich hier wieder die Frage, sind nun alle Einladungen adressiert? Wenn dies nicht der Fall ist, wird der Token der entsprechenden Einladung entfernt. Nur wenn die letzte Einladung adressiert wurde, bleibt der Token hier und wird nicht entfernt, sondern geht über und es werden alle Einladungen en bloc versendet. Danach endet dieser Geschäftsprozess. Es handelt sich um einen Geschäftsprozess, weil es für das allgemeine Verständnis des Ablaufs für Menschen in Ordnung ist. Für Maschinen wäre das Ganze sehr, sehr schwierig abzuwickeln, denn wenn die Maschine sich hier die Fragen stellen müsste, ob es die letzte Einladung ist, so wäre das nicht leicht zu erkennen. Daher ein typischer Geschäftsprozess. Zum Abschluss wollen wir noch illustrieren, wie ein Token bzw. mehrere Token durch ein Aktivitätsdiagramm fließen. Sehen wir uns das an. Wir starten beim Initialknoten und hier wird ein Token erzeugt. Dieser Token wird unmittelbar an die Aktion 1 weitergegeben, die damit ausgeführt werden kann. Nachdem die Aktion 1 abgeschlossen ist, wird ein Token an einen Entscheidungsknoten gegeben. Der Entscheidungsknoten muss dann aufgrund einer Überwachungsbedingung entscheiden, ob er den oberen oder den unteren Pfad wählt. Für unser Beispiel nehmen wir an, der Entscheidungsknoten gibt den Token an den oberen Pfad weiter. Damit kann nicht Aktion 3, aber Aktion 2 starten und ausgeführt werden. Nachdem Aktion 2 abgeschlossen ist, gibt diese Aktion den Token an den Vereinigungsknoten hier weiter. Der Vereinigungsknoten gibt den Token direkt an die Aktion 4 weiter, die nun starten kann. Nach Abschluss der Aktion 4 wird der Token an den Parallelisierungsknoten hier weitergegeben. Der Parallelisierungsknoten nimmt diesen einen Token und dupliziert ihn, indem auf beide ausgehenden Kanten ein Token gelegt wird. Somit hat sowohl die Aktion 5 als auch die Aktion 6 einen Token am Eingang und beide können ausgeführt werden. Sind beide Aktionen abgeschlossen, so wird an den ausgehenden Kanten wieder ein Token gelegt. Nun kommen diese beiden Token zum Synchronisierungsknoten. Dieser nimmt diese beiden Token und gibt nur einen Token an die ausgehende Kante weiter. Nun hat Aktion 7 eine mit einem Token belegte Kante und kann ausgeführt werden. Nach Ausführung der Aktion 7 gibt diese einen Token an die Aktion 8 weiter. Somit kann 8 ausgeführt werden. Die Aktion 8 hat zwei ausgehende Kanten und in diesem Falle werden beide ausgehenden Kanten nach Abschluss der Aktion 8 mit einem Token versehen. Somit kann sowohl Aktion 9 als auch Aktion 10 starten. Die Aktion 11 kann erst starten, wenn ein Token an beiden eingehenden Kanten liegt. Das heißt, sowohl 9 und 10 müssen abgeschlossen sein. Dann werden diese beiden Kanten mit einem Token belegt und Aktion 11 kann starten. Von der Aktion 11 geht es wieder in einen Entscheidungsknoten, der mit dem Token belegt wird. Der Entscheidungsknoten entscheidet wieder aufgrund einer Überwachungsbedingung, ob der obere oder der untere Pfad verfolgt wird. Für dieses Beispiel nehmen wir an, der Token wird an den unteren Pfad weitergegeben. Somit kann die Aktion 13 ausgeführt werden. Wenn die Aktion 13 ausgeführt wird, wird ein Token an den Aktivitätsendknoten weitergegeben und somit haben wir das Ende der Aktivität erreicht. Damit haben wir alle Basiskonzepte für die Modellierung des Kontrollflusses einer Aktivität kennengelernt. Aber es gibt ja nicht nur den Kontrollfluss, sondern auch den Objektfluss. Dieser ist Gegenstand der folgenden Videos. Nachricht Nachricht Vielen Dank.